wir haben sieben uhr ich renne mal eben zur jama ein bisschen reinhalten ich glaube ich gehe mal mit der matchroote rein zwei match an der jama und ich würde sagen danach gehen wir noch mal schön ans archi so nächstes auch entspannt 13,8 reicht von der schnur 1er haken die andere schnitz gleich aus aus der forelle der andere da schwimmt das ist ein masu ihn wollen wir haben ja sesshafter masu pilami ihn wollen wir den will ich er darf gerne als trophy reinballern ich habe die tiefe nicht eingestellt hat bock jawoll auf 13 kilo und da ist auch noch was dran und wieder zurück ja gleich laser marin grüße moin moin 13 kilo setup mal gucken wie schwer der brocken ist ich würde sagen also wenn er ausschlitzt dann sieben kilo okay das ist einfach krass der masu lachs in über sieben kilo der running gag wenn er ausschlitzt dann hat er sieben kilo ne er hat sieben kilo alter ich sage ja matchrote schön auf insekten ader der masu in selten hammer 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 was ein fisch oder hätte ich ja im leben nicht gedacht krass boi boi ist das ein ding in der gedanken 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 abgefahren abgefahren ähnlichen ollen masu ich wollte gestreifen also ich nehme die natürlich auch der ist natürlich noch viel seltener auf grille und gras hüpfer ist er draufgegangen trophy 109 eine nur noch nur noch eine dann ist das jahresziel geschafft eine nur noch oh man auf 90 zentimeter tiefe alter fall da krass 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 fips guten high ab ins haus damit ist ja keine super trophy muss ja schon ein bisschen was gut ist die dolly alter fall da nicht aber